Hallo und herzlich willkommen zurück, meinen lieben Freunde des gepflegten Grusel-Abenteuers. Außerdem der gepflegten Interessaltung. Wir haben uns heute hier versammelt, um mir dabei zuzusehen, wie ich ein Spiel spiele. Es nennt sich Schuld. Gemacht von den großen Kälten. Und ich habe keine Ahnung, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Oh, ich erinnere mich daran, dass ich die hier eigentlich mal weiterspielen wollte. Egal, das müsst ihr euch jetzt mit antun. Und wie ihr seht, habe ich mich entschlossen, bis hierher zu cutten. Denn, naja, den Kampf musst du dir jetzt echt nicht sehen. Außerdem, ich habe vergessen zu kommentieren, weil ich ein Vollidiot bin. Deshalb mache ich ja Let's Plays, um nicht zu kommentieren. Yay! Gini Domi Strikes Again! Egal. Äh, wie habe ich dich nochmal gesprochen? Mh, mein lieber, äh, äh, wie heißt du überhaupt? Aaron oder sowas? Na, egal. Ähm, ich glaube, du hattest eine dumpfe Stimme oder sowas. War das eben ein Traum? Äh, Virgil. Äh, nun bist du leider wieder ganz am Anfang, Aaron. Sag ich doch, Aaron. Ja, wusste ich's doch. Am Anfang von was? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Aber wieso bin ich dann hier? Eines der Wörter war voll durchgestrichen, oder? Du kannst dich erinnern? Das ist ungewöhnlich. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich schon mal an diesem Ort gewesen bin. Da war etwas mit einer Krankheit. Was tun Sie da, Richter Williams? Meine Augen, äh, 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 mit wem sprichst du, Virgil? Am besten, du ignorierst, was ich gerade gesagt habe. Also gut, aber antworte mir eine Frage. Bin ich hier schon mal gewesen? Das musst du selber herausfinden, Aaron. Fick dich ins Knie, Alter. Hm, ich erinnere mich daran, dass er irgendwie eine weniger raucherische Stimme hatte, glaube ich. Egal. Maria! Ja, hol mich raus, Aaron. Maria! Ich, ihr merkt bestimmt, ich spreche ein bisschen gedämpft, aber ich musste wieder auf die Nacht warten. Und diesmal pennen die Leute um mich herum. Ja, überhaupt kann ich ihn nicht übernehmen, es ist gerade mal 23 Uhr. Kein Zweifel, ich kenne sie. Nicht von hier, sondern von dem davor aus einem früheren Leben. Mein Bildschirm flackert. Hoffentlich ist das im Spiel eingebaut. Sie befindet sich in Gefahr, ich muss etwas unternehmen. Was ist da los? Na gut, vielleicht gehört sie in den Raum. Hoffentlich ist das wirklich Teil des Spiels. Hm, ich hoffe es mal. Ah ja, richtig. Ich glaube, es ist ein Wegfeld, dann sehe ich irgendwie... Richtig, hier war ja das mit diesem Mondrätsel, das ich nicht verstanden habe. Und dann war da dieses Etwas, von dem ich keine Ahnung habe, was es war. Aber bevor ich zu ihm gehe, speichere ich ihn in jeden Fall nochmal. Also schön. Hier speichern. Neuer Speicherstand. Datei 7 bereits. Yay. Also dann mal sehen. Hi, 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 hi. Ich erinnere mich daran, dass wir... Vielleicht dürfen wir nicht aufs Blut treten. Vielleicht war das das, was uns getötet hat. Tatsache. Der hört uns. Ah, gut zu wissen. Ist toll zu wissen. Das gehört sowas von nicht zum Spielen dieses Flackers. Egal. Da ich nicht weiß, woher es kommt, müsst ihr leider damit leben. Okay. Ah, scheiß Controller. Ich steige kurz auf Keyboard um. Ah, und ich fange kein neues Spiel an. Ich lade. Hm. Gott, das ist Let's Play, fängt schon mal super an. Wollen wir mich auch auf die Steine treten? Auf die Steine kann ich treten. Okay. Tja, ich würde sagen, die Kettensäge lasse ich da lieber erstmal stehen. Okay. Hm, das war einfach. Okay. Kettensäge halten. Geile Scheiße. Schränk dir einen Schutzanzug. Ich möchte gerne wissen, wie die Kettensäge so ist. Ein Benzin betriebene Kettensäge. Hat sie Benzin? Das geht nicht. Warum nicht? Aber es klappt dabei nicht, ja? Hier ist es leer. Kann ich runterspringen? Nein. Wäre ja auch zu schön gewesen, oder? So in den Raum mit den Psychopathen reinspringen. Ist doch super. Möchtest du ja davon erstmal machen? Die Kartons sind leer. Wollte ich mir immer so eben angemerkt haben. Ich bin viel zu spät. Verdammt, ich hab das Displayen verlernt. Oder so. Scheiße. Ich erzähle dir, es ist dumm. Ist diesmal im Bett und darum ist hinter mir kein Licht mehr im Flur an. Hm. Tja. Darum darf ich heute auch ein bisschen mehr Unsinn labern. Ein bisschen freier sein. Und ihr wisst, was ich meine. Ohne Benzin kann ich die Kettensäge nicht benutzen. Äh. Ich meine, sie kann nicht benutzt werden tun. Es geht nicht. Okay, aber den Benzinkanister... Ja, speichern kann man auch. Äh, den Benzinkanister kann ich aber nicht verwenden. Oh. Wir müssen erst Benzin finden. Das... Ach gut, das macht Sinn. Was ist hier eigentlich? Okay, woher kriegen wir jetzt Benzin? Benzin, 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 Benzin. Ich will Benzin. Wie bist du da wieder rausgekommen? Ich laufe besser weg, bevor er mich tötet. Lalalalalala. Was ist bis zum Rand mit Öl gefüllt? Ja, dann... Äh, hallo? Na gut, das ist kein Benzin, trotzdem. Ah, das Mondenrätsel. Richtig. Ich hab dich ja ganz vergessen. Hm. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Probieren wir es doch noch einmal. Vielleicht habe ich jetzt mal einfach, bin ich nur zu dem nicht angestellt. Eins, zwei. Dann haben wir eins, zwei, drei, vier. Hm. Dann haben wir... Äh, das ist der da. Eins, zwei. Drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben. Ich kann heute nicht mehr zählen. Super. Dann haben wir da eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht. Ja. Und da haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aber das klappt nicht. Hm. Tja. Hm. Tja. Pff. Hm. Hm. Was ist das hier eigentlich? Was ist das? Also, irgendwas wird hier gemacht, aber ich habe keine Ahnung was. Ich habe nicht mehr langt, was das darstellen soll. Menschen? Insekten? Irgendwas? Hm. Ich finde eh, dass dieses hier reichlich... Was? Da kommt... ...melde ich her. Ja. Und? Weißt du doch nicht, dass ich dahin nicht zurückgehen kann. Also... Arschloch. Werkzeuge, bla 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 Tage, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und ich... Wieso spreche ich das? Ey, du da! Da draußen! Du! Vorm Bildschirm! Genau dich meine ich! Warum spreche ich das? Sprich selber! Penner! Ich verstecke mich jetzt so lange hier, bis du anfängst, selbst zu reden. La, 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 la. Okay, von mir aus. Ritt dich ein! Ich rede ja schon selbst. Ah, das möchte ich auch geraten haben. Also, ähm... Sache ist natürlich die... Es ist jetzt nicht so lange her, dass ich das Bläst aufgenommen habe. Und trotzdem könnte ich fast durchdrehen vor... Lauter, ich weiß nicht mehr, was ich tue. Ähm, übrigens, Kleiner, das sind vier. Was du zu wissen möchtest? Halt die Fresse! Ich müsste es selber! Okay, tut mir leid. Bleib cool. Meine Fresse. Ich bin in diesem Vormund dauert und ich werde mich beöffnen. Ja. Es wäre total sinnlos. Aber... Kann es sein, dass der Vollmond das schwarz ist? Das könnte sein, oder? Dann wäre das hier eins. Das da... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann haben wir da... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann haben wir da... Eins, zwei, drei... Dude, ich kann auch alleine zählen. Tut mir leid, tut mir... Tut mir leid, du kannst ja von mir aus alleine spielen. Spiel alleine, keine Hilfe mehr von mir. Mach, was du willst. Gut. Äh, das nächste ist dann der Neumond. Also eins, zwei, drei, vier... Äh... Ja. Das macht einfach keinen Sinn. Und da haben wir eins, zwei, okay? Äh, das ist auch nicht der richtige Weg. Äh, okay, ich bin... Äh, hab keine Ideen mehr. Du da vom Bildschirm, hilf mir, bitte. Du, hilf mir! Okay. Ich tue, wie du sagst. Wir haben alles probiert. Ich gucke in der Komplettlösung nach. Und du meckerst dafür nicht mehr rum. Okay, von mir aus kannst du wieder mit meiner Stimme reden oder so. Dann bin ich mir erzählen lassen. Mach, was du willst. Ne, tue, was ging das flimmern? Okay, mach ich. Bleib cool. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich hab nicht, keine Ahnung, was ich hier machen soll. Also, Speicher! Bis dann.